Es gibt ein neues Update für die DJI Flysafe Datenbank. Das ist eigentlich relativ normal und kommt sehr häufig vor. Aber dieses Update, das ist ganz besonders, denn es schaltet den Geofens ab. Was das für euch bedeutet, wie viel mehr an Eigenverantwortung ihr beim Fliegen übernehmen müsst, welche Vor- und Nachteile das hat, erfahrt ihr in diesem Video, nach dem Intro. Also, bleibt dran! Hallo, willkommen in mich als Welt-YouTube-Kanal und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt es richtig gehört. Der Geofens wurde sozusagen hier in Deutschland zumindest von DJI abgeschaltet. Hintergrund ist die neue E-Durchführungsverordnung, die besagt für klassifizierte Drohnen, dass die eine Geosensibilisierung haben müssen. Das, auch im Englischen Geo-Awareness, bedeutet nichts anderes, als dass ihr darüber informiert werden müsst, wenn ihr in eine ja sensible Zone einfliegt. Bedeutet aber nicht, dass eure Drohne da einfach nicht mehr weiterfliegen kann und ihr keine Möglichkeit habt, den Flug fortzusetzen. Klingt erstmal komisch, ist aber im Prinzip so eine EU-Durchführungsverordnung geregelt und bringt euch natürlich mehr Eigenverantwortung. Woher kommt denn eigentlich der Geofens von DJI? Nun, früher war es halt so, also vor vielen Jahren, dass relativ viele Piloten immer wieder mal in solche Bereiche eingeflogen sind, wie Flughäfen und das hat natürlich zum Einstellen des Flugbetriebs geführt und auch sehr, sehr hohen Kosten und DJI natürlich auch den Ruf geschädigt, dass man mit diesen Drohnen überhaupt sowas tun kann. Und deswegen stand DJI halt eben unter Zugzwang und hat sogenannte Flugbeschränkungsgebiete eingeführt, die es auch noch in vielen Ländern gibt, wie beispielsweise jetzt in Österreich. Und die sehen dann so aus, ihr habt einmal ein sogenanntes Flugbeschränkungsgebiet, das ist auch rot in der Karte eingezeichnet, das kann zum Beispiel ein großer Flughafen sein oder eben beispielsweise eine Justizvollzugsanstalt. In so eine Zone könnt ihr nicht reinfliegen, das geht nicht. Die Drohne stoppt an diesem virtuellen Zaun und bleibt da einfach stehen. Oder würdet ihr in so eine Drohne einfliegen, weil ihr kein GPS-Signal habt und das Signal würde dann wiederkommen, auch dann würde die Drohne stoppen und unverzüglich landen. Da habt ihr auch keinen Einfluss darauf. Gleiches gilt natürlich auch für die grauen Höhenlagenzonen, die halt eben bestimmte Höhenbegrenzungen speziell in der Nähe von Flughäfen definiert, genauso wie die blauen Autorisierungszonen. Auch hier ist es erforderlich, sich von DJI dann eine Genehmigung einzuholen. Das hat immer wieder mal einige Leute auch gestört, weil letzten Endes ist es ja so, der Hersteller verbietet euch in bestimmte Bereiche zu fliegen, auch dann, wenn ihr eigentlich eine Genehmigung habt. Ihr müsst das dann nachweisen für bestimmte Zonen, also bestimmten Zonen müsstet ihr quasi bei DJI oder musstet ihr bisher eine Genehmigung beantragen. Das heißt, ihr müsstet die Drohne dort hinterlegen mit Seriennummer, euren Account und natürlich auch die entsprechenden Dokumente vorweisen. In anderen Zonen war es nicht ganz so schlimm, da hat es gereicht, sich über die App eine entsprechende Freischaltung zu holen. War aber auch immer wieder schwierig, wenn man das vor Ort gemacht hat. Also ich hatte hin und wieder mal so Einsätze, wo ich halt eben so eine Genehmigung gebraucht habe von DJI. Und wenn man dann halt eben das vor Ort mit dem Smartphone macht und hat keinen Internetempfang, ja dann klappt das einfach nicht. Dann kann man da nicht einfliegen. Deswegen habe ich dann auch immer wieder mal solche Zonen zu Hause beantragt. Die Freischaltung über die Webseite, da konnte man sich halt die entsprechenden Stellen auf der Karte aussuchen, markieren und eine Freischaltung beantragen. Wenn man dann je nach Erfordernis die entsprechenden Dokumente auch mit hochgeladen hat. Weitere Zonen sind natürlich dann hier auch nochmal Warnzonen, wo man einfach nur eine Warnmeldung bekommt oder eben auch erweiterte Warnzonen, wo man nochmal bestätigen muss, dass man in diese Zone oder wenn man in diese Zone einfliegt, dass man auch wirklich da die Verantwortung übernimmt und auch die Berechtigung dazu hat. Wie gesagt, diese Zone wurden von DJI definiert und hat DJI halt eben deswegen geschaffen, um sozusagen zu verhindern, dass halt eben solche Vorfälle passieren. Mittlerweile gibt es ja sehr gute Abwehrsysteme an Flughäfen, die nicht nur DJI Drohnen erkennen können, sondern auch klassische SESPA Drohnen, die eben da auch entsprechend verortet. Und man kann da relativ leicht herausfinden, wer die Drohne gestartet hat und denjenigen dann entsprechend zur Verantwortung ziehen. Seit gestern ist es nun so, dass DJI diesen Geofens abgeschaltet hat. Was bedeutet das jetzt für euch? Nun, es gibt keine Flugbeschränkungsgebiete mehr. Es gibt auch keine normalen Warnzonen mehr. Scheinbar habe ich keine gesehen und auch keine Autorisierungszonen oder eben auch keine Höhenlagenzonen. Das ist alles jetzt weg. Es gibt nur noch sogenannte erweiterte Warnzonen, bei denen ihr halt eben diese Warnmeldung bekommt und bestätigen müsst, wenn ihr dort einfliegen wollt. Und weil halt eben die EU-Durchführungsverordnung auch die Anforderung gestellt hat, dass halt eben diese Geosensibilisierung aufgrund der nationalen Vorgaben erfolgen soll, musste halt DJI das irgendwann umsetzen. Und dazu ist es aber auch erforderlich, dass diese Daten in der speziellen digitalen Form, in der Norm vorliegen, sodass DJI die auch auswerten kann. Und hier bei uns in Deutschland, da ist die Quelle halt D-Pool. D-Pool ist auch mittlerweile oder wird bald die Quelle sein für Tronic, weil die, glaube ich, auch auf diese D-Pool-Daten zurückgreifen. Aber DJI tut das halt jetzt eben auch und holt sich die Daten aus D-Pool, um diese Zonen, diese erweiterten Warnzonen zu definieren. Das kann man sich ja hier gut anschauen. Ihr seht da einmal die Flysafe-Karte von DJI am Frankfurter Flughafen mit den Flugbeschränkungs- oder nicht mehr Flugbeschränkungsgebieten, sondern erweiterten Warnzonen. Und schaut man sich jetzt mal die D-Pool-Karte an, da wird man relativ schnell erkennen, wenn man alles andere ausblendet, dass es genau die gleichen Geosonen sind. Und man sieht halt eben auch hier, dass keine Flugbeschränkungsgebiete mehr vorhanden sind. Schaut man beispielsweise jetzt mal nach Österreich, nach Wien und hier am Wiener Flughafen, da seht ihr dann nach wie vor Flugbeschränkungsgebiete und ebenso auch die Autorisierungszonen. Die neuen Karten bekommt ihr dann mit dem Flysafe-Datenbank-Update in eurer Fly-App sozusagen reingeladen. Das Ganze habe ich dann heute auch mal ausprobiert mit der Mini 3 Pro. War ich hier an einem Flugbeschränkungsgebiet, hab die Drohne eingeschaltet, hab die Fernsteuerung eingeschaltet, die war schon länger nicht mehr eingeschaltet, deswegen halt da natürlich auch die alte Flysafe-Datenbank. Und wie ihr seht, ihr bekommt sofort eine Meldung, dass sich hier in der Nähe, das ist noch nicht mal in dem Radius von 100 Metern, sondern weiter außerhalb, ein Flugbeschränkungsgebiet befindet, eine Justizvollzugsanstalt. Und werdet auch darauf hingewiesen, wenn ihr da jetzt zu nah rankommt, dass eure Drohne da abstoppt oder auch irgendwelche autonomen Funktionen wie Return to Home dadurch behindert werden. Dann habe ich das Flysafe-Datenbank-Update einfach mal aufgespielt und habe die Drohne wieder eingeschaltet. Und nach dem Einschalten kam überhaupt gar keine Warnmeldung mehr. Aber das ist auch logisch, weil ich jetzt ja mich außerhalb dieser erweiterten Warnzone befinde. Also bin ich mal ein bisschen näher rangegangen, also in den 100 Meter Radius und habe die Mini 3 Pro nochmal eingeschaltet. Und siehe da, bekommt man jetzt hier die erweiterte Warnzone angezeigt, obwohl es sich ja eigentlich um ein ehemaliges Flugbeschränkungsgebiet handelt, nämlich eine Justizvorzugsanstalt. Und wenn ich das jetzt hier bestätige, dann könnte ich tatsächlich auch hier fliegen, ohne eine Genehmigung zu haben. Ja, sollte man natürlich auf gar keinen Fall, darf man auf gar keinen Fall tun. Aber der Hintergrund ist natürlich jetzt die EU-Durchführungsverordnung, die fordert das. Und für euch, wenn ihr gewerblich unterwegs seid, ist es natürlich auch viel einfacher. Wer so sehr oft mit so einer Drohne in solchen Gebieten fliegt, der muss ja schon eine ganze Menge Genehmigungen einholen. Und dann zusätzlich auch noch sich mit DJI herumschlagen, um dort die Genehmigung zu bekommen, obwohl es ja eigentlich gar nicht nötig ist. Denn der Hersteller, der hat ja nicht so entscheidend, ob er da fliegen dürfte oder nicht, sondern das entscheiden die Behörden. Aber das Ganze hat jetzt natürlich auch einen Nachteil, denn jemand, der jetzt nicht gewerblich unterwegs ist und da einfach jetzt privat aus Spaß an der Freude über eine Justizvollzugsanstalt fliegen möchte oder so irgendeinem Flughafen über die Landebahn, der könnte das jetzt tatsächlich tun, indem man diese Meldung einfach nur bestätigt und weiterfliegt. Ja, das fordert eure Eigenverantwortung. Also ihr müsst wirklich jetzt darauf achten, wenn ihr irgendwo fliegt, ob ihr solche Warnmeldungen bekommt. Und wenn man so eine Warnmeldung bekommt, nicht einfach draufklicken und weiterfliegen, sondern erst mal wirklich in Depot nachschauen, in Drohnen oder sonst sich entsprechend informieren, ob ihr da wirklich fliegen dürft. Das ist wirklich extrem wichtig. Da müsst ihr unbedingt darauf achten, weil die Drohne dann nicht einfach mal so irgendwo stehen bleibt und dann gar nicht mehr dahin zu bewegen ist, sondern ihr könnt tatsächlich das aktiv der Drohne erlauben, in so ein Gebiet einzufliegen. Wenn jetzt solche Vorfälle am Frankfurter Flughäfen oder auch eben in anderen Bereichen jetzt wieder verstärkt auftreten, das ist eine gute Frage. Wer kriminelle Energie hat und das möchte, der kann das sowieso. Weil wenn ich kriminelle Energie habe, dann würde ich eine Drohne hacken, auch wenn ich eben diese Flugbeschränkungsgebiete habe und ein Geofens und kann da einfach reinfliegen. Also ich denke, wer das wirklich will und aktiv mit krimineller Energie betreibt, der wird es auch weiterhin zwar dann einfacher haben, aber wird es dann auch weiterhin tun. Auf der anderen Seite gibt es sicher auch Drohnenpiloten, die sehr verantwortungslos sind und vielleicht auch sehr naiv, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt, die dann einfach da draufklicken und weiterfliegen und sich nichts dabei denken und dann plötzlich irgendeinen Großeinsatz auslösen und dann auf jeden Fall auch verortet werden. Weil wie gesagt, wenn man am Flughafen mit einer Drohne fliegt, wird man auf jeden Fall erwischt, weil halt eben diese Ortungssysteme immer besser geworden sind und das sollte man auf jeden Fall unterlassen. Dazu gibt es überhaupt keinen Grund und das ist ein absolutes No-Go. Nur für euch ist es halt wirklich wichtig, achtet da in Zukunft drauf, weil wie gesagt, diese Drohnen, Geofens, nennen die, die gibt es jetzt nicht mehr. Sondern man muss jetzt in Eigenverantwortung entscheiden, wenn man so eine Meldung bekommt, wie man damit umgeht. Ein ganz wichtiger Punkt vielleicht noch dann zu dem Thema Mitgliedschaft im Verband. Da habe ich ja vor kurzem mein Video online gestellt zum MFSD, wo genau der Punkt Geofens ein Ausschlusskriterium war für DJI-Drohnen, dass man da unter Verbandsregeln fliegen darf. Nämlich der Punkt 6.2.7 in der STHFF vom MFSD stand drin, wenn die Drohne einen Geofens hat, den man nicht abschalten kann, dann darf diese Drohne nicht unter Verbandsregeln geflogen werden. Das wäre jetzt tatsächlich kein Thema mehr und somit auch möglich dann in einem Verband wie dem MFSD auch mit der DJI Avata zu fliegen. Natürlich nutze Sport- und Freizeitzwecken. Welche Vorteile die Mitgliedschaft im Verband bringt, das mache ich auf jeden Fall noch im Video. Da könnt ihr dann tatsächlich nach altem nationalen Recht mit eurer Drohne fliegen. Dazu braucht ihr einfach nur meinen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr dieses zukünftige Video auch nicht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn man einen Daumen nach oben da lasst, gerne auch Kommentare mit Kritik oder Anregung und bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal im Michael's Welt YouTube-Kanal.